Auf Samt! Bitte! Der Raptor! Geil! Jump it! Flieg, flieg, flieg! Rund! Und jetzt machst du noch mal eine Fontäne, okay? Auf Kommando. Ich brauche ein offenes Bier. Ein offenes Bier für einen verlorenen Herren. Okay. Ja. Ich sag dir Fontäne und dann spruchst du. Okay. Dann mit ihm in die Hand und mach damit so einen kleinen Swing. Das ist wie ein Zauberstab. Ich hab Zeit zu tief. Ich hab Zeit zu tief. Ich hab Zeit zu tief. Und jetzt auf so einen Puppetest. Dann wäre ich an den Bier. Das ist geil. Guck dir das Würstchen an und das ist so geil wie du. Das ist die Grillboy. Alter, spuck dir mal in die Hand und reif dir mal den Bauch. Alter, wieder ein bisschen. Okay, vielleicht ein bisschen rein. Ja. Guck mal rein da. Und weg damit. Gibt ihr noch einen Chip? Da sind noch viele. Genau. Ja und weg damit. Hau anders. Yes. Yes. Und schön blow. Uh. Ja, das ist ein Leben oder? Nein, nein, nein. Das ist vielleicht... Ja. Geh mal ein bisschen hoch. Noch eine Hand schippst. Und hier die Chocknuts. Siehst du die Chocknuts? Kein Kappel. Hier die Chocknuts. Jetzt. Und kommt rein. Ey, ihr Loser. Das sieht doch schwarz aus. Was ist denn das denn hier? Ja. Das ist ja wohl die langweiligste Bayern meines Lebens. Idiot. Hör nicht. Hör nicht. Was ist mit euch los hier? Hagen, nimm das Bier. Hagen, nimm das Bier. Alter, geh einfach doch. Gut, Alter. Und weg da, Lager. Und weg da. Nimm ihn noch mit, nimm ihn noch mit. Nimm ihn mit jetzt. Und her, und her. Sie haben noch eine Frau? Oh, oh, oh. Ist deine Augen so heiß? Viel zu heiß reingemacht. Viel zu heiß. Und ohne zu heiß ergeben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank.